Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play StarCraft 2 Annihilation. Wir haben beim letzten Mal die Wege aller drei Parteien gekreuzt. Crayon, Woradin und K-K-Irgendwas sowie Reeves, Baldwin und Co. haben sich alle getroffen. Sehr interessant. Wir haben also jetzt festgestellt, dass wir gemeinsame Ziele haben, gemeinsam gegen den RSSi kämpfen wollen. Und es haben sich so mehrere Gruppen gebildet. Scheinbar möchte Crayon, der infizierte Terraner, erstmal es schaffen, hier die Superwaffen anzugreifen auf einem Planeten. Nachdem die Terraner um Reeves es geschafft haben, diese Informationen über die Superwaffen herauszufinden. Außerdem möchte hier Kora, Dean, Karo, Karodin, Kaduros, da steht es ja, wollte sich darum kümmern, Unterstützung zu sammeln. Und währenddessen wollen Reeves mit Unterstützung von Voradin, ähm, ja, auch irgendwas anderes nochmal angreifen. Was genau könnte schon sein, dass wir es heute erfahren, denn wir haben jetzt die Mission Ussorus, äh, Ussorus, meine Güte, ist aber schwierig auszusprechen vor uns. Ähm, nach der Transformation von Nessarin, das haben wir am letzten Mal gesehen, die wurde riesig, wurde immer noch von den Terranern kontrolliert. Obwohl es ja eigentlich eine Protoss ist, die auf der guten Seite bei uns ist, aber leider mindcontrolled hier von den bösen, bösen RSS-Ei-Leuten, ähm, und dann transformiert und groß gemacht. Äh, naja, aber, ja, nachdem wir die, äh, Transformation von Nessarin auf jeden Fall gesehen haben und, äh, die Stärke, äh, 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 auf jeden Fall möchten die Iduran-Truppen jetzt, äh, angeführt von Voradin und Kaduros, oder haben sich aufgeteilt, wie ich gerade eben schon sagte, weil sie verschiedene Ziele gleichzeitig erreichen wollen. Caduros möchte den Terranern helfen, und zwar Kyrex, das Kyrex-Komplex, anzugreifen. Eine Gruppe von Gebäuden in einem Asteroidenfeld, wo sie hoffen, Morric zu finden. Gleichzeitig ist Voradin auf dem Weg, die Ilurankolonie auf Usaurus anzugreifen. Usaurus, wo ein Großteil der Armee sich gerade befindet. Und seine Mission ist, Frieden an die Kolonie zu bringen und das Warp-System des Planetens zu aktivieren, damit die Iluran sofort Unterstützungstruppen auf die Oberfläche von anderen Planeten bekommen können, was dann für zukünftige Kämpfe sehr, sehr gut sein würde. Ich nehme mal an, wir sind jetzt erstmal bei ihr. Voradin ist doch weiblich, oder? Wobei, hier steht His Mission. Also ist Voradin männlich. Gut, wissen wir das also auch. Es gibt viele verschiedene Upgrades auf jeden Fall, die man in Usaurus bekommen kann. Wir sollten uns upgraden, und zwar so, wie wir das wollen, um die Mission in unserem eigenen Weg zu bestreiten. Und wir werden schon mal Proto steuern, das hat man da auch schon deutlich gesehen. Okay, wir starten die Mission. Hier ist aber ganz schön kalt. War vielleicht schön hier mitten im Sommer. Endlich mal wieder ein bisschen Schnee. Planet Usaurus. Im kalten Gebiet der Frostfall Hills zur Zeit von Voradins Ankunft. Ein weites Feld gefüllt mit gefährlichen Kreaturen. Moradin hat eine schwierige Aufgabe vor sich. Endlich mal wieder ein bisschen Schnee. Endlich bin ich hier. Die Iriduran-Kolonie auf Usaurus. Es war eine lange und beschwerliche Reise. Aber nun gibt es keine Zeit, sich auszupfen. Der hohe Templer Nagul erwartet mich in einem nahen Ausposten. Ich muss dorthin. Okay. Unser Volk braucht uns. So, Voradin hier alleine. Erreiche den nahegelegenen Außenposten. Das ist unser Auftrag. Oh, verwinkelt hier. Ist nicht gut. Ich mag es doch immer nicht, wenn es verwinkelt ist. Weil ich immer gerne alles erkundet habe. So, ich glaube meine Maus ist gerade wieder ziemlich laut zu hören. Oh, hier geht es hoch. Was ist das hier? Das sieht gut aus. Voradin, du bist gekommen. Oder ihr seid gekommen. Ich weiß mal nicht, ob ich siezen muss oder nicht. Entaro Tassadar, Voradin. Wir haben eure Ankunft erwartet. Da habe ich jetzt gesiezt, wie ihr vielleicht gehört habt. Hoher Templer Nagul. Es ist viel zu lange her. In der Tat. Aber sagt mir, wo ist Master Kaduros? Wir haben unsere Streitkräfte geteilt, um effizienter zu sein. Ich bin hier, um euch zu kümmern. Natürlich, lasst uns loslegen. Nun, was ist das Problem, was ihr hier habt? Voradin. Ich brauche Unterstützung. Die Armee hier auf Usurus ist so stark und intelligent. Wir brauchen starke Kämpfer von diesem Kaliber in den nächsten Kriegen gegen das RSSI. Verständlich. Und ich bin sicher, dass ihr euch der Tatsache bewusst seid, dass es schwer ist, hier zwischen den Sternen Kommunikationen herzustellen. Das stimmt. Leider liegt das alles an der Vielfunktion unseres Warp-Netzwerks. Ein Device, was so stark ist, dass es Krieger weit weg teleportieren kann. Aber ein brillanter Verstand wie Du wird es schaffen, ihn wiederherzustellen. Aber ohne Dich haben wir nicht die Fähigkeit, unsere Truppen effektiv von diesem Planeten wegzuschicken. Meine Hauptpriorität ist es dann also, das Warp-Netzwerk zu reparieren. Was ist mit seiner Funktionalität passiert? Wir hatten Probleme, alles unter Kontrolle zu behalten. Wie Du weißt, ist die Usaron-Kolonie kein Platz von Frieden und Harmonie. Es ist eine gefährliche Welt mit starken Kreaturen. Und als wäre das nicht genug, um sich Sorgen zu machen, gab es kürzlich einen Zerg-Angriff. All das hat uns dazu geführt, die Bob-Spyers hier nicht weiter zu beachten. Wir brauchten die Streitkräfte von dort, um uns hier überleben zu können. Zerg, auch hier Zerg? Was meinst Du damit, Voradin? Das müssen die Zerg sein, die vom RSSI gesteuert werden. So wie es aussieht, haben sie genug Informationen gesammelt, um unsere gut entwickelte Kolonie zu finden. Das heißt, dass Nassari vermutlich auch hierhin zurückkommen wird. Ist Nassari ein Opfer dieser Geschichte geworden? In der Tat. Kaduros und ich mussten eine Missitode finden, um aus ihren Klauen zu entkommen. Denn sie hat stark an Stärke zugenommen und ihr Körper ist korrumpiert und das ist nicht so schön. Bei Adun, wird dieses Leiden jemals enden? Hör zu, Nagul. Ich werde auf jeden Fall tun, was ich kann, um uns auf die Kämpfe vorzubereiten. Wir müssen dieses Warp-Netzwerk in den Griff bekommen. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, die RSSI weiß bereits vom Ort dieser Kolonie. Wir müssen halt dieses Warp-Node unter Kontrolle bekommen, das sagen wir jetzt zehnmal. Voradin, du bist nicht allein. Nee, du bist allein? Nee, ich bin sicherlich nicht allein. Was weiß ich? Ich habe auf jeden Fall Unterstützung. Nach dem starken Willen der Idoraden-Gemba. Zusammen können wir einen großen Unterschied machen. Das ist das, was ich tun muss, Nagul. Womit soll ich anfangen? Oh, wir sind ein Stufe-Held. Das ist ja jetzt hier wie Warcraft. Spreche mit Nagul. Ist das jetzt hier MMO-mäßig? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Voradin, ich bestätige deine Fähigkeiten. Ich habe großen Respekt, dass sie uns unterstützt. Vor wir euch in die weit entfernten Gebiete hier schicken können, möchte ich eure Fähigkeiten allerdings testen. Hier im Süden gibt es ein Kampf, Rektor Nare. Du wirst dort, dort werde ich die Hohen Templer testen. Bevor du gehst, werde ich sicherstellen, dass du diese Seele aus dem Schrein der Weisheit holst. Das wird sicherstellen, dass wir deine Seele wiederherstellen können, sobald, falls du, naja, stirbst oder so. Ist das jetzt echt ein MMO? Oh, ernsthaft? Wie geil ist das denn? Missionsstrategie Levels. Voradin kann nun Level bekommen. Das Leveling-System wird Voradins Stats upgraden und ihm helfen. Das müsste eigentlich ein R dann sein, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, gegen stärkere Kreaturen zu verteidigen. Voradin kann bis zu 15 Level bekommen. Es gibt drei Hauptattribute, die stärker werden. Einmal Psyonische Power, was den Attack Damage erhöht, die Schilde und die Lebenspunkte, die erhöhen sich mit jedem Level. Dann gibt es Stamina, was die Panzerung erhöht. Das wird jedes zweite Level erhöht und Haste, also die Geschwindigkeit, wird dabei verstärkt und die Attackengeschwindigkeit wird reduziert, was gut ist, glaube ich. Ja, weil das heißt, es geht schneller wieder weiter. Die Attribute steigern sich hier alle drei Level. Außerdem wird sich Voradins Fähigkeit Asphyxiat oder so verbessern. Jedes zweite Level wird das nämlich steigen. Um vier, um fünf natürlich. Okay. So, das ist der Schrein der Weisheit. Ich fühle mich wie ein Stein der Weisen. Du wirst hier respawnen, wenn du zerstört wirst. Gut gemacht, Voradin. Teramor wird euch dort erwarten. Ja, so, wir gehen jetzt los. Wie geil ist das denn? Das ist so ein richtiges MMO hier zwischendurch. Selbst solche Einblendungen, wie niedlich ist das denn? Willkommen in mein Level. Das finde ich schon geil, dass es jetzt... Also ich muss echt sagen, diese Kampagne ist so kreativ. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen in dieser Kampagne. Also mein Respekt hat auf jeden Fall der Mottersteller hier. So, mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich denke, von Missionen werden wir mal erste Erfahrungen bekommen. Aber hier, wie es sich in einem MMO gehört, müssen wir auch ein bisschen hier grinden. Ich bin gerade echt ein bisschen geflasht. Dass wir so eine Mission haben. Geil ist das denn bitte? Okay, wir gehen jetzt mal hier hin. Oh. Alles klar. Terremor. Haben Erfahrung gefunden. Ah, Voradin. Ich habe mich schon gefragt, wann ich dich sehen würde. Es hat schon lange gedauert, seit ich dich das letzte Mal im Kampf gesehen habe. Ich freue mich, das wieder zu tun. Dieser Wald ist mit Kreaturen und bevölkert. Bekannt unter dem Namen Forest Crawler. Die Jungtiere schreien hier in der Gegend rum. Geh raus und zerstöre sie. Ich werde euch von hier beobachten. Das ist ja nett. Slay Young Forest Crawlers. Zehn Stück. Jetzt müssen wir wirklich grinden. Ich finde das genial, muss ich ganz ehrlich sagen. So kreativ. Und was sich hier scheinbar alles machen lässt. Mit der Engine ist ja schon geil. So. Zwei Mal acht. Zwei Mal neun. Eins noch. Zwei Mal zehn. Zwei Mal neun. So, zurück. Zu Terremor. Wir haben 18 Mirale und 10 Wespiengas gesammelt. Das hast du gut gemacht, Voradin. Du bist talentiert, in der Tat. Nun ist es an der Zeit, einen stärkeren Gegner zu sehen. Kalrak ist der Anführer der Forest Crawler. Und er versteckt sich in einer Höhle im Nordosten. Während du ihn zerstörst, musst du zwei Erwachsene der Erwachsenen-Crawler dir die Höhle bewachen. Besiegen und sie zu mir bringen. Du musst wissen, dass die Bieste sehr, sehr beieinander bleiben. Also pass auf dich auf. Wir müssen mal eben gucken. Jetzt werden wir gleich mal eben hier unsere Fähigkeiten benutzen müssen. Wir sind übrigens aufgelevelt. Wir sind Level 2, haben also jetzt mehr Panzerung und so weiter. Was konnten wir hier nochmal machen? Ach ja, genau. Irgendwie muss ich es hochheben. Das werden wir gleich tun. Wir müssen hier nochmal einmal die kleineren Viecher zerstören. Hier auf dem Weg liegen. So, und dann ist hier gleich die Höhle. Kalrax Cave. Einen von denen schon mal zerstört. Dort ist der nächste. Wir warten mal eben, bis wir wieder hier unser Asphyxiat machen können. Asphyxiate? Ich weiß nicht. So, das haben wir geschafft. Wir lassen nochmal einen, äh, einer. Und da ist dann hier der Chef, quasi. So, jetzt haben wir wieder Musik hier im Hintergrund. Ich hoffe, dass ich diese Musik verwenden darf. Ansonsten werde ich sie ein bisschen manipulieren. Damit ich das kann. So. So. Okay. Turn to Terramor. Machen wir. Keine, äh, Panzerung mehr. Wir müssen uns mal eh ein bisschen regenerieren. Okay. Sollte reichen bis zur Katzin. Und nach der Katzin werden wir wieder wahrscheinlich frisch sein, weil es ein bisschen dauern wird. Bleiben wir wieder auf. Ja. 25 mit der Reihen und 15 ist wie ich ihn erst einmal bekommen. Deine Fähigkeiten sind außerordentlich, aber das ist nur eine kleine Aufgabe gewesen im Vergleich zu dem, was vorliegt, Voradin. Ich habe keine weiteren Aufgaben mehr für dich. Geh zu Rektor Nar zurück und informiere Nagul, dass dein Training erfolgreich war. Er wird dir vermutlich eine weitere Aufgabe geben, die du machen solltest. Wir sind übrigens wieder generiert worden komplett. Vielleicht auch durch den Levelausstieg. Oh, ein Erdbeam. Was war das für ein Geräusch? Schnell zurück. Speicher nochmal. Rektor Nar. Ich werde dort. Willkommen zurück, Voradin. Ich habe gehört, dass dein Training gut verlaufen ist. Ich habe auch Informationen erhalten, dass einige unserer Luftpatrouillen kürzlich abgestürzt sind. Der Grund dafür ist unklar. Laufe nach Westen von hier aus und folge dem Pfad nach Norden bis du Tassadars Herosim erreichst. Dunkle Templar Nafrayan wird sich dafür interessieren, mit dir zu reden. Beeil dich. Unsere Sache ist gerecht. Oh, wir haben ein anderer Level, glaube ich, auf jeden Fall bekommen. Wir sind nämlich auf jeden Fall schneller. So, was hat er gesagt? Wo soll ich hin? Nach Westen erst? Head West. Ja. Das heißt hier hin. Hier hoch? Ja, vielleicht hier. Dann nach Norden, genau. Jetzt sind die Drogs weg. Perfekt. Perfekt. Hallo, Tassadars Herosim. Woradin. Ich habe gefühlt, dass ihr auf dem Weg hierher seid. Ich nehme an, Nagul hat euch alles erklärt. Das Einzige, worüber ich informiert wurde, war, dass hier eine Anzahl von Luftpatrouillen gecrashed sind. Das stimmt. Ähm, du bist nicht unvorbereitet gekommen. Sehr gut. Lasst uns nach Norden gehen, Woradin. Wir werden das weiter untersuchen. Alles klar. Also wieder in die Frostfall Hills. Unsere Sache ist gerecht. Wir schauen hier oben mit der Trashside vorbei. Das klingt schon mal richtig. Abschlussstelle. Hier sind Luftstreitkräfte gefallen. Untersuche Schiffsfax. Ah, das ist die erste Crash-Stelle. Warte hier einen Moment, Woradin. Ich werde hier das untersuchen. Hm, was ist das? Diese Schiffe, innerhalb der Schiffe ist alles zerstört. Alle wichtigen Informationen wurden entfernt, komplett. Sag mir nicht. Nein! Es kann nur ein RSI-Schiff gewesen sein. Genau wie damals im Exekutors-Schiff. Das bedarf weiterer Untersuchungen. Zum, äh, nächsten Frag. Erwarte eure Befehle. Müssen wir ziehen. Run zu Lul. Ein weiterer. Eine weitere Abschlussstelle. Lass uns sehen, was diese hier bringt. Das gleiche wie vorher. Alles ist, äh, komplett zerstört. Was ist euer Begehr? War hier nicht noch irgendwo eins, was wir gerade nicht gesehen haben? Hier oben. Wir werden sie überwinden. Weitere, äh, Wracks. Lass sie mich untersuchen. Hier gibt's nichts zu finden. Nur Ruin. Weitere Absturz. Äh, oder weitere Frags. Lass sie mich untersuchen. Das kennen wir nun schon. Hier gibt's auch nichts zu finden. Okay, eins müssen wir jetzt noch finden. Wollen wir hier schon? Die Kama erleuchtet meinen Weg. Ja, schauen wir schon. Was gibt's denn hier noch so? Hier muss doch irgendwo noch eins sein. Unser Volk braucht uns. Ähm. Wollen wir hier schon? Das ist mir eine Ehre. Nein, offensichtlich nichts. Was ist euer Begehr? Nun, das ist das letzte Frag. Wieder. Total leer. Wie die Leere. Die Wahrheit hat sich selbst, äh, aufgedeckt. Die RSSI scheint in der Tat hier zu sein. Was ist das? Was ist überhaupt irgendwie Schaden? War das? Ein Iduran-Selit. Manipuliert vom RSSI. Das ist schlecht. Wir müssen zurück nach Tassadars Heroism. Wir werden dort diskutieren, äh, was wir hier erlernt haben. Oder gefunden haben. Ron Zulul. Unsere Sache ist gerecht. was wir hier in der Tat befinden von Thäden. Vielen Dank.